Eine Bombendrohung gegen Innsbrucker Bahnhöfe bleibt am Donnerstag stundenlang unentdeckt. Die Drohmeil erreicht die Tiroler Polizei, wird jedoch erst nach Ablauf der Frist bemerkt, in der die angebliche Bombe hätte explodieren sollen. Eine anschließende Durchsuchung der Bahnhöfe bleibt ergebnislos. Die Polizei erklärt, dass die Mail im allgemeinen Postfach eingegangen sei und aufgrund eines menschlichen Fehlers übersehen wurde. Die Frist der Drohung verstrich, bevor der zuständige Kollege die Nachricht entdeckte. Deshalb kam es zu keiner Evakuierung der Bahnhöfe in Innsbruck. Eine nachträgliche Durchsuchung des Innsbrucker Haupt- und Westbahnhofs verläuft ohne Fund. Die Polizei betont, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen bestand. Maßnahmen wurden ergriffen, um ähnliche Versäumnisse in Zukunft zu verhindern. In den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Bombendrohungen in Österreich. Neben Innsbruck sind auch Bahnhöfe in Linz, Graz, Salzburg und Feldkirch betroffen. Die Polizei vermutet denselben Verfasser hinter alle Drohungen.